Moin ihr Lieben, ich habe mal wieder eine neue Kamera zum Test. Und zwar ist das die, mit der ich jetzt hier gerade filme. Das ist eine 360-Grad-Kamera, die Insta360 ONE X2. Komplizierter Name, dafür verspricht sie aber einiges leichter zu machen. Ich mache ja schon seit vielen Jahren 360-Grad-Aufnahmen, aber sonst halt immer mit einer DSLR. Und da muss man die halt auf ein Stativ stellen, man nimmt ein Fisheye-Objektiv, man macht dann vier Aufnahmen und man sticht die dann mit einer speziellen Software zusammen und bekommt dann ein 360-Grad-Panorama-Foto. Die Insta nun, die verspricht das Ganze mit einem Klick zu machen. Die hat nämlich zwei Fisheye-Objektive, die sich gegenüberliegen, eingebaut. Und da kommt dann direkt das 360-Grad-Foto raus. Und was noch besser ist, die kann auch Videos aufnehmen. Und das ist etwas, wo es ja gar keine Entsprechung in dem Sinne bei einer DSLR oder einer anderen Videokamera gibt. Und da war ich natürlich sehr gespannt, was man da für coole Effekte und für coole Aufnahmen machen kann. Und ich bin hier noch auf Teneriffa und habe sie jetzt einfach in den letzten Wochen mal ausführlich getestet. Und zwar nicht nur bei so einfachen Dingen wie Wandern oder aus dem Auto heraus, sondern ich habe sie auch mal mit Unterwasser genommen. Und ich habe sie auch aufs Wasser genommen beim Kitesurfen, weil ich einfach mal sehen wollte, ob das auch ein Ersatz für eine Action-Cam sein könnte. Und was man damit eigentlich alles so cooles anstellen kann. Und das seht ihr jetzt in meinem Review. Ich wechsle aber jetzt mal die Kamera, damit ihr die Insta auch mal sehen könnt. Und außerdem suche ich mir mal ein schattiges Plätzchen, denn die Sonne, die brezelt hier ganz schön. Das ist das gute Stück und ihr seht, die kommt in einer Neoprenhülle. Und das ist eigentlich auch schon das wichtigste Zubehör, weil nämlich diese Hülle die zwei Linsen schützt, die ansonsten halt ungeschützt hervorstehen würden. Die Kamera hat halt diese 280-Grad-Linsen und damit nimmt sie das 360-Grad-Bild auf. Und die Linsen, die müssen ja so ein bisschen hervorstehen, damit sie diese Kugelwirkung aufnehmen können. Und dadurch sind diese Linsen natürlich relativ empfindlich. Das heißt, ihr müsst die Kamera gut schützen. Die Cam selber ist wirklich extrem klein und leicht. 150 Gramm schwer nur, also anderthalb Tafeln Schokolade. Und ja, ihr habt hier eigentlich nur zwei Tasten dran. Das eine ist zum Einschalten hier an der Seite und das andere ist zum Aufnehmen. Und dann gibt es hier noch jeweils diese LED. Wenn ihr da jetzt drauf drückt, dann seht ihr, dass die rot leuchtet. Und dadurch wisst ihr auch immer, wenn die Kamera gerade aufnimmt. Ja, und hier habt ihr so ein kleines Display. Da könnt ihr zum Beispiel zwischen Foto- und Videomodus umschalten, die Auflösung einstellen, den Aufnahmemodus einstellen, aber auch schnell mal ein Foto oder Video euch anschauen. Jetzt ist es aber so, dass wenn ihr mit einer 360-Grad-Kamera filmt, ihr auch eine extreme Fischaugenwirkung habt. Das heißt, alles das, was sehr dicht an der Kamera dran ist, das wird überproportional groß dargestellt. Und das, was weiter weg ist, wird überproportional klein dargestellt. Ihr bekommt, wenn ihr dicht an der Kamera dran seid, so wie ich jetzt, ein relativ verzerrtes Bild. Das heißt, ihr werdet die Kamera etwas weiter weghalten wollen. Und dafür, und das ist eigentlich so ein bisschen der Clou bei diesen Kameras, schraubt man einen Pole oder auch Selfie-Stick genannt, hier unten in die Kamera rein. Der Clou an der Sache ist nicht nur, dass ihr dadurch deutlich weiter wegkommt von der Person, die ihr aufnehmen wollt, also in dem Fall von euch selbst, sondern auch, dass dieser Pole selber überhaupt nicht sichtbar ist, weil er halt genau in dieser Nahtstelle zwischen den zwei Kameras angebracht ist. Und das nennt man dann im Marketing Invisible Selfie-Stick. In Wirklichkeit ist das halt ein ganz einfacher optischer Trick, ob das jetzt dieser Selfie-Stick ist oder irgendein anderer. Das ist im Grunde genommen bei all diesen 360-Grad-Kameras immer das gleiche Prinzip. Alles das, was in diesem Schnitt zwischen den Kameras ist, ist nicht sichtbar. Dieser Stick von Insta360, den finde ich ziemlich praktisch, weil er sich halt sehr schnell ein- und ausfahren lässt. Und zwar indem man dreht, ihn zusammenschiebt und dann wieder in die andere Richtung arretiert. Und dann ist der fest. Und wenn ihr ihn aufmachen wollt, dreht ihr einfach einmal Klick, zieht ihn auseinander, arretiert ihn wieder und dann habt ihr die Kamera halt schon ausgefahren. Was jetzt bei der Insta360 auch besonders cool ist, ist, dass diese Kamera immer automatisch das Bild horizontal ausrichtet. Sprich, wenn ihr die Kamera so dreht, bekommt ihr trotzdem ein horizontal ausgerichtetes Bild. Und das gleiche gilt auch, wenn ihr die Kamera so dreht. Das heißt, die Kamera merkt anhand ihres Kompasses und ihrer Wasserwaage, die sie eingebaut hat, immer, wie sie das Bild ausrechten muss. Und zusätzlich gibt es noch eine sehr, sehr effiziente Stabilisierung. Das bedeutet, dass ihr bei ganz vielen Aufnahmen, die ihr macht, egal wie ihr die Kamera haltet, der Horizont wirklich wie angenagelt steht und sich überhaupt nicht bewegt. Und das ist etwas, was man so mit keinem anderen Kameratypen machen kann. Weil das funktioniert halt nur dann, wenn wirklich das komplette 360-Grad-Umfeld aufgenommen wird. Dann kann die Kamera das eins zu eins ausrichten. Bei jeder anderen Kamera, wo ihr nur einen Bildausschnitt aufnehmt und in dem Moment, wo ihr die Kamera dreht, verändert sich ja dieser Bildausschnitt. Und hier habt ihr quasi diese gesamte Kugelprojektion. Und die bleibt dann halt immer gleich, weil die Kamera sie halt entsprechend immer dreht und anpasst. Und das werdet ihr noch sehen, macht halt wirklich fantastische Effekte möglich, weil ihr nämlich jetzt bei so einer 360-Grad-Kamera bei der Aufnahme im Grunde genommen nur festlegt, wo die Kamera sich im Raum befindet. Und den Bildausschnitt, den ihr nachher im Video verwendet, den legt ihr erst in der Nachbearbeitung fest. Und das hat vor allen Dingen zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, ihr müsst euch während der Aufnahme nicht darum kümmern. Und der zweite Vorteil ist, dass ihr diesen Bildausschnitt eben nicht über die Kamera festlegt. Hiermit ist das so, ihr filmt im Grunde genommen immer die gesamte Kugel. Und wenn ihr später einen Schwenk bauen wollt, dann macht ihr das in der Nachbearbeitung und sucht euch dann quasi durch das sogenannte Reframing den Bildausschnitt. Und dann berechnet man diesen Bildausschnitt. Das heißt, die Schwenks, die werden natürlich viel, viel sanfter, als wenn ihr die durch ein Schwenken der Kamera aufnehmen müsst. So, das ist so ein bisschen das Prinzip bei den 360-Grad-Kameras. Und wie gesagt, die Insta360 X2, die treibt es halt an der Stelle gerade durch diese besonders gute Stabilisierung noch ein bisschen auf die Spitze. Was jetzt die X2 von der X1 vor allem unterscheidet, ist das Thema Wasserdichtigkeit. Also Insta360 sagt, die X2 ist bis zu 10 Meter wasserdicht ohne Gehäuse. Und ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Ich würde also niemals diese Kamera wirklich auf 10 Meter Wassertiefe mit runternehmen. Wenn so eine Kamera im Wasser halt schnell in Bewegungen ausgesetzt wird oder irgendwelche Schläge abkriegt oder sowas, dann ist es halt mit den 10 Metern auch nicht mehr so weit her, sondern dann kann doch Wasser eintreten. Ich zeige euch mal, was diese Wasserdichtigkeit ausmacht. Und zwar sieht man das hier, wie der Akku befestigt ist. Wenn ich den Akku mal rausnehme, dann seht ihr, hier ist so eine blaue Dichtung drin. Und das ist im Grunde genommen alles, was das Wasser vom Eindringen abhält. Und der wird einfach so reingesteckt, festgeklickt und dann rasten diese zwei kleinen Nasen ein und drücken quasi die Dichtung an die Kamera. Das gibt es auch bei anderen Kameras, bei all diesen Kameras, die ohne Gehäuse für Wasserdicht erklärt werden. Ja, wie gesagt, ich bin da sehr vorsichtig und habe mich auch lange nicht getraut, das auszuprobieren. Aber dazu kommen wir dann etwas später noch. Ja, wo wir gerade beim Thema Akku sind. Ich habe diesen Akku eigentlich selten gewechselt, obwohl ich zwei habe, einfach weil er so schön lange hält. Ihr könnt da also ungefähr eine Stunde mit aufnehmen und ich habe auch die Kamera oft gar nicht abgeschaltet, sondern ich habe die Kamera einfach laufen lassen zwischen den Aufnahmen. Die geht dann in so einen Standby-Modus und dann kann man sofort die nächste Aufnahme starten. Und trotzdem habe ich nie Probleme jetzt mit dem Akku gehabt. Was aber auch schön ist bei diesen Akkus, es gibt da im Zubehör eine Ladestation. Die könnt ihr dann über USB-C anschließen und könnt ihr dann mehrere von diesen Akkus gleichzeitig laden. Die zweite Klappe, die es jetzt hier noch gibt, ist für einen USB-C-Anschluss. Da könnt ihr entweder ein Zubehörteil anschließen, wie zum Beispiel das Lavalier-Mikrofon, was ich euch nachher noch zeige, oder Bilder auslesen oder halt auch die Kamera aufladen. Kommen wir mal zur Aufnahmetechnik. Also durch diese Fisheilinsen ist erstmal von vorne bis hinten alles scharf. Das heißt also über Autofokus und so weiter müsst ihr euch überhaupt gar keine Gedanken machen. Weiterhin macht die Kamera auch die Belichtung automatisch. Auch da braucht ihr nicht einzugreifen, wobei das Thema Belichtung halt bei einer 360-Grad-Kamera doch etwas tricky ist. Ihr habt nämlich ganz oft solche Situationen, wo die eine Seite sehr dunkel ist, wie zum Beispiel jetzt hier, und die andere Seite sehr hell, wie da in dem Barranco, wo jetzt die Sonne reinscheint. Also habt ihr ganz oft einen sehr hohen Kontrastumfang in dem gesamten 360-Grad-Bild. Und ihr müsst insbesondere dann aufpassen, wenn die eine Linse den hellen Kontrast aufnimmt und die andere den dunklen Kontrast. Weil dann seht ihr unter Umständen zwischen den beiden Bildhälften einen Unterschied da, wo die Bilder aneinander gestitcht werden. Es empfiehlt sich also zum Beispiel, wenn ihr die Sonne im Bild habt, die Sonne mal dahin zu legen, wo halt diese Schnittkante ist. Dann habt ihr beide Seiten einigermaßen gleichmäßig ausgeleuchtet. Insgesamt kommt noch dazu, dass der Dynamikumfang dieser kleinen Sensoren halt nicht so mega hoch ist. Kann es durchaus in einigen Situationen zu ausgefressenen Lichtern kommen. Um diesen doch manchmal eingeschränkten Dynamikumfang zu kompensieren, gibt es für Fotos einen HDR-Modus, wo die Kamera automatisch eine Belichtungsreihe macht und die dann hinterher in der Software auch zusammenbaut. Und es gibt noch einen Pure-Shot-Modus, wo mit einer wie auch immer gestalteten AI noch mehr Bilder versucht werden zusammenzurechnen. Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, dass diese Aufnahmen dann hinterher nicht künstlich wirken. Bei der Aufnahme, wie gesagt, müsst ihr einfach vor allen Dingen euch damit beschäftigen, wo ihr diese Kamera halt im Raum positioniert und welche Bewegung ihr mit der Kamera macht. Also wie so eine Art Kranbewegung oder ihr könnt auch einen Drohnenflug simulieren. Das ist das, was ihr während der Aufnahme festlegen müsst. Je mehr ihr mit der Kamera arbeitet, umso mehr ihr dieses Material dann später auch bearbeitet und reframet, umso mehr Erfahrung bekommt ihr natürlich damit, auch was ihr während der Aufnahme mit der Kamera anstellen solltet und wie welche Bildwinkel wirken. Und das macht durchaus sehr viel Spaß damit zu experimentieren. Allerdings muss euch natürlich klar sein, dass im Vergleich zu einer herkömmlichen Videoaufnahme hier immer noch ein weiterer Bearbeitungsschritt dazwischen gelagert ist, nämlich dieses sogenannte Reframing, dass ihr also aus diesen rohen aufgenommenen 360-Grad-Aufnahmen dann halt entsprechende Kameraführungen in der Nachbearbeitung bauen müsst und die dann hinterher erst als ein Video exportieren könnt, inklusive all dieser Bewegungen, was ihr dann im Videoschnittprogramm verwenden könnt. Aber auch zu diesen Bearbeitungstechniken kommen wir später noch. Wenn ihr dann da am Experimentieren seid, dann werdet ihr auch schnell feststellen, dass dieser kleine, ja knappen Meter Pole doch ganz nett ist, aber ihr euch vielleicht doch einen längeren Pole wünscht. Auch dafür gibt es im Zubehör was Tolles und zwar einen drei Meter langen Pole. Und erstmal sieht der gar nicht so lange aus. Der ist hier oben mit so einem kleinen Moosgummi geschützt. Und wenn ihr den jetzt mal auszieht, dann ist das natürlich schon ein ganz anderes Kaliber. Und mit diesem Pole könnt ihr dann natürlich wirklich krasse Aufnahmen machen, wo man nicht so richtig sieht, wo diese Kamera sich eigentlich befindet, weil sie einfach hinter euch schwebt, euch verfolgt, um euch herum kreist. Also da könnt ihr tatsächlich wirklich wie kleine Drohnenaufnahmen mitmachen und zwar ganz ohne die Nachteile, die halt eine Drohne so mit sich bringt. Und das macht tatsächlich wahnsinnig viel Spaß. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Aufnahmen, die ich halt mit einem, auch einem drei Meter oder vier Meter Pole mit der Spiegelreflex gemacht habe. Und wie umständlich das eigentlich immer war, erstens mal diesen großen und schweren Pole mitzuschleppen, teilweise die schwere DSLR über irgendwelche Klippen gehängt, vier Bilder durch Drehen des Poles und so weiter zu machen. Also wer von euch mit mir mal auf einer Fotoreise in den letzten Jahren war, der kann sich da sicherlich an die ein oder andere Aktion erinnern. Das ist natürlich hier ein ganz anderes Kaliber. Erstens mal ist der halt wirklich viel, viel leichter, viel, viel dünner und viel, viel praktischer. Das heißt, ich kann den ja auch wirklich ganz schnell zusammenpacken und der ist dann halt wirklich super klein und leicht und man kann ihn so mitnehmen. Dieser Pole hat allerdings auch Nachteile. Zum einen, was mich massiv stört, ist, dass ich ihn nicht arretieren kann und wenn ich nicht aufpasse, dann flutscht mir die Kamera einfach raus, wenn ich ihn nach unten halte. Dafür gibt es zwar dieses Moosgummi hier, aber dieses Moosgummi kann ich nicht drauf lassen, wenn ich die Kamera dran habe. Das habe ich am Anfang gedacht, ich mache das Moosgummi drauf, das irritiert das Ganze dann. Nee, das Moosgummi allein ist schon zu dick unter der Kamera und man sieht dieses Moosgummi in den Aufnahmen als kleinen schwarzen Blob und das stört einfach. Wenn das Moosgummi nicht dran ist, sieht man von dem Pole, wenn er durchhängt, manchmal ein klein bisschen, einfach weil er so lang ist, dass er halt teilweise durchhängt. Ansonsten aber im Großen und Ganzen nichts. Es soll jetzt aber auch schon einen Nachfolger von Insta360 geben, den man arretieren kann. Ich würde euch einfach empfehlen, dass ihr darauf achtet, einen zu nehmen, der halt eben nicht die Kamera rausrutschen lässt, weil das ist doch sehr, sehr gefährlich, wenn ihr die Kamera drauf habt und dann beispielsweise am Wandern seid und die Kamera dann plötzlich einfach nach vorne rausrutscht und auf die Linsen knallt, dann habt ihr halt einen entsprechenden Schaden. Und wenn die Linsen zerkratzt sind, dann seht ihr das tatsächlich auf den Aufnahmen. Da müsst ihr extrem aufpassen. Bevor wir jetzt noch zu weiteren Anwendungsfällen mit der Kamera kommen, lass uns doch mal kurz über die Bildqualität sprechen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass natürlich ein so kleiner Sensor oder zwei so kleine Sensoren nicht den Dynamikumfang einer Spiegelreflex auf die Straße bringen. Das ist ganz klar. Aber wie sieht es denn eigentlich mit der Auflösung aus? Weil das ist ja durchaus auch immer wieder ein Thema. Ja, beworben wird ja die Insta 360 X2 damit, dass sie 5K Videoaufnahmen machen kann. Jetzt sind diese 5K allerdings bezogen auf die kompletten beiden Linsen. Und da darf man sich nicht täuschen lassen, weil dieses sogenannte Reframing, was hinterher stattfindet, sprich, dass ihr euch einen Bildausschnitt sucht, den ihr dann hinterher quasi projiziert, der führt natürlich zu einer deutlich niedrigeren Auflösung. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, was da rauskommt, ist immer nur maximal Full HD. Das ist es eigentlich auch nicht, weil es hängt tatsächlich davon ab, wie ihr den Bildausschnitt wählt. Wenn ihr hinterher sehr dicht ran zoomt in der 360-Grad-Aufnahme, dann kommt ihr natürlich auch eine relativ geringe Auflösung. Wenn ihr aber zum Beispiel Little Planets macht oder mit einem sehr weitwinkligen Bildausschnitt arbeitet, dann habt ihr tatsächlich durchaus die Chance, auch mehr als Full HD da rauszuholen. Also es hängt immer so ein bisschen von der Bearbeitung ab. Ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr mit der Insta 360 Software die Aufnahmen bearbeitet und reframet, dass ihr bei der Ausgabe 4K einstellt. Das müsst ihr manuell machen. Dann gibt die Kamera euch maximal 4K aus. Wenn nur weniger Substanz da ist nach dem Reframe, dann skaliert sie das halt entsprechend hoch. Am besten, ihr bildet euch selber eine Meinung über die Qualität. Ihr könnt ja hier bei YouTube, wenn ihr einen 4K-Monitor habt, die Qualität auf 4K stellen. Und dann seht ihr ja bei all diesen Einspielern, die ich jetzt hier mache, wie die Qualität aussieht. Ihr werdet feststellen, an welchen Stellen ich sehr stark reinzoome, an welchen Stellen ich weitwinkliger arbeite. Und dann habt ihr einen Eindruck dessen, was möglich ist mit dieser Kamera. Natürlich, Mehrauflösung wäre immer gut, gerade bei solchen 360-Grad-Aufnahmen, weil man eben doch immer noch reinzoomt. Für mich überwiegt einfach der Vorteil dessen, was ich hiermit machen kann, den Einschränkungen im Dynamikumfang und in der Auflösung. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass ein Nachfolgekamera mehr Auflösung zur Verfügung stellen würde und auch mehr an Dynamikumfang, ganz klar. Ja, im Fotobereich sieht das natürlich ähnlich aus. Wenn ich jetzt mal den unfairen Vergleich anstellen darf zwischen den 4 Fischei-Aufnahmen, die ich mit einer 36 Megapixel DSLR machen würde, da bekäme ich ein Foto, rektilinear projiziert, sprich im Format 2 zu 1, wo das komplette 360-Grad-Bild drauf ist, von 90 Megapixel. Jetzt muss man das halt ein bisschen relativieren, weil natürlich der Nadir unten und der Zenit extrem gestreckt sind. Das heißt, also da werden Megapixel jetzt gerechnet, die in Wirklichkeit gar nicht da sind. Aber um mal jetzt einen Vergleich zu machen. Hier bekomme ich 18 Megapixel. Das heißt, ich habe die fünffache Auflösung, wenn ich mit einer DSLR ein 360-Grad-Bild mache mit dieser Technik, versus wenn ich dieses gleiche 360-Grad-Bild hier mit einem Klick mache. Man darf aber auch nicht vergessen, bei der DSLR mache ich vier Bilder, hier mache ich nur zwei Bilder. Man vergleicht da so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Hier ist es nur ein Klick, bei der DSLR muss ich den ganzen Aufwand betreiben. Das, was hier rauskommt, dieses 18 Megapixel rektilineare Bild, was ich noch dazu als DNG ausgeben kann, wo ich die Möglichkeit habe, mit einem Klick eine HDR-Aufnahme zu machen, das liefert schon ein vernünftiges Ergebnis. Also für eine Web-Nutzung definitiv mehr als genug, auch für kleine Prints geeignet. Und ja, wenn ihr wirklich was für Kunden machen wollt oder was ihr richtig groß ausbelichten wollt, ja, dann müsst ihr natürlich mit einer DSLR arbeiten. Aber für den täglichen Gebrauch ist diese kleine Kamera einfach da auch sehr gut und liefert gute Ergebnisse. Zwei Dinge möchte ich bezüglich der Bildqualität aber doch noch anmerken. Das eine ist, dass ihr bei Aufnahmen, wo die Sonne scheint und die Sonne mit im Bild ist, und das ist natürlich bei einer 360-Grad-Aufnahme recht oft der Fall, wenn die Sonne scheint, dass ihr dann einen Flair bekommt, also eine Linsenreflexion, der sich relativ unangenehm bemerkbar macht durch einen roten oder magentafarbenen Fleck, der dann halt über das Bild tanzt. Und das ist halt insbesondere dann unangenehm, wenn der Flair sich genau da befindet, wo sich euer Protagonist befindet. Es ist nur sehr, sehr schwer, das während der Aufnahme rauszufinden. Das heißt also, es passiert schon, dass diese Linsenreflexion euch eine Aufnahme ruinieren kann oder ihr müsst dann halt einfach damit leben. Und das Zweite sind Videoaufnahmen im Dunkeln oder in der Dämmerung. Die Kamera ist für Video nicht wirklich für diese Aufnahmen geeignet. Also ihr bekommt kaum ansehnliche Aufnahmen, solange ihr in der Dämmerung unterwegs seid und die Kamera nicht ausreichend Licht hat. Also ihr müsst wirklich tagsüber damit arbeiten, dann funktioniert das sehr gut, dann kriegt ihr schöne farbenfrohe Aufnahmen. Aber wenn das Licht nicht ausreicht, dann habt ihr eigentlich nur Rauschen beziehungsweise dann kommt ihr auch schnell in den Bereich, wo der Dynamikumfang völlig überfordert ist. Das heißt, ihr habt völlig ausgefressene Himmel und rauschende Vordergründe. Das ist nicht der Einsatzbereich, in dem sich diese Kamera wohlfühlt. Kommen wir zum Ton. Ein guter Ton ist ja bei Video sehr wichtig. Und die Insta360 X2 verspricht mit ihren vier Mikrofonen da eine Art 3D-Raum-Sound zu liefern. Das hört sich im Marketing toll an. Ich muss sagen, ich bin von den Audioqualitäten der Kamera eigentlich enttäuscht. Es gibt die Möglichkeit hier am Zubehörport einen kleinen Adapter einzustecken, wo ihr dann ein normales Mikrofon per 3,5 mm Klinke anschließen könnt. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied zwischen der Aufnahme über ein Lavalier-Mikrofon, was über diesen Adapter angeschlossen wurde, und der Aufnahme mit den internen Mikrofonen. Und dann seht ihr selbst. Im Moment hört ihr mich jetzt über dieses kleine Lavalier-Mikrofon hier. Das habe ich über so einen Zubehöradapter angeschlossen. Das einzige Problem bei diesem Adapter ist, dass man ihn halt ein bisschen sieht, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man die Kamera jetzt entsprechend so dreht, dann könnte der Adapter mit im Bild sein. Das heißt, ich muss den Adapter so nach unten drehen, dass ich den nachher aus dem Bild rausnehmen kann, wenn ich das Reframing mache. Aber anyway, das ist jetzt der Ton über das Lavalier. Den habt ihr ja so ja vorhin auch schon in meinem Intro gehört. Und jetzt ziehe ich das einfach mal raus hier. Und jetzt hört ihr den Ton, wie die Kamera ihn aufnimmt. Die soll ja vier Mikrofone haben und eigentlich so eine Art Surround-Sound aufnehmen. Aber ich muss sagen, ich bin da nicht wahnsinnig von angetan. Also gerade für so Sprachaufnahmen funktioniert es eigentlich nicht besonders gut. Für so Umgebungsaufnahmen funktioniert es, wenn ihr überhaupt keinen Wind habt. Aber sobald ein bisschen Wind ist, funktioniert es eigentlich gar nicht mehr richtig. Und dann hört man auch die Sprache nicht mehr. Das zeige ich euch später noch. So, ich stecke das Ganze jetzt hier nochmal wieder rein. So, und jetzt habt ihr wieder den Ton über das Lavalier-Mikrofon. Ja, und das war jetzt natürlich noch ein relativ kontrolliertes Beispiel. Ohne Wind und die Kamera relativ dicht an mir dran. Ich habe aber auch andere Aufnahmen gemacht, wo halt ein bisschen Wind war und ich euch einfach aus der Action heraus was erzählen wollte. Und die sind vom Ton her alle komplett unbrauchbar. Ich zeige euch mal ein Beispiel. So, ja, ich habe einen anderen Aufnahmen im Rest. Jetzt gehe ich mit der Insta-360 einmal komplett aufs Wasser. Ich bin übergespannt, aber es geht nachher auf der Kabel. Also insgesamt mit der Lavalier-Lösung, das geht schon. Ihr müsst aber natürlich das Kabel halt hier an dem Selfie-Stick runterführen. Dann schauen, dass das Kabel lang genug ist. Dann sieht man das natürlich. So ganz ideal ist das nicht. Ich würde mal sagen, für Tonaufnahmen, wenn ihr über Sprache etwas vermitteln wollt, gibt es doch sehr viele andere Kameras, die das besser beherrschen als die Insta 360 X2. Das ist halt einfach nicht ihre Stärke. Diese Verfolgung beim Wandern und all diesen Geschichten und aus dem Auto heraus, echt cool. Aber ich wollte natürlich ein bisschen mehr. Ich wollte vor allen Dingen unter Wasser mal die Kamera einsetzen und hatte mir dafür auch ein Unterwassergehäuse besorgt. Ich glaube dazu aber gleich, das erste Mal, wo ich sie wirklich unter Wasser eingesetzt habe, war ganz ohne Gehäuse auf einem Segelboot, als wir Wale gesehen haben. Und zwar vor Teneriffa gab es eine Schule von Pilotwalen. Wir waren auf diesem Segelboot. Ich hatte die Insta an dem langen Pole und war völlig geflasht, dass diese Wale direkt neben dem Boot war. Die 10 Meter Wasserdichtigkeit haben mir irgendwie in den Ohren geklungen. Ich habe gesagt, so jetzt probierst du es aus. Ich habe die Kamera direkt ins Wasser gehalten, neben dem Boot. Und was soll ich sagen, völlig geil, weil ich halt dadurch auch eine Aufnahme hatte, die uns auf dem Boot gezeigt hat und dann halt den Übergang unter Wasser mit den Walen. Jetzt wollte ich daraus natürlich auch mal ein Foto ziehen, habe da ein bisschen ran gesumt und dann kam auch gleich die Enttäuschung. Und eigentlich ist es ja logisch, dadurch, dass diese Linsen jetzt direkt in dem anderen Medium Wasser versus vorher Luft sind, stimmt der Fokus halt nicht. Wir haben hier ein Fixfokus Objektiv. Wir bringen das jetzt in das Medium Wasser und dafür ist es einfach nicht gerechnet. Sprich, die Aufnahmen sind alle etwas aus dem Fokus gefallen. Also bleibt uns im Grunde genommen nichts übrig, als halt auch bei solchen Aufnahmen das Unterwassergehäuse zu verwenden. Das Unterwassergehäuse kommt mir ja natürlich grundsätzlich sowieso entgegen, weil ich bin ja so ein Schisser. Ich hatte ja auch da mega Angst, dass mir die Kamera halt abhanden kommt. Vor allen Dingen auch, weil die natürlich hier auch nur so ein bisschen ja direkt reingeschraubt ist in das Gehäuse. Das ist auch nicht wirklich so eine stabile Verbindung hier, diese Stativschraube. Da müsst ihr tatsächlich aufpassen. Es gibt genügend Berichte im Netz, wo diese Mutter einfach rausgebrochen ist und dann ist die Kamera halt weg. Und nicht nur die über 400 Euro für die Kamera, sondern halt auch natürlich eure Aufnahmen, die ihr da drauf habt. Also Unterwassergehäuse, definitiv erstmal eine gute Idee. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr klickt das einfach auf, dann kommt die Kamera rein und eine ganz wichtige Sache ist, ihr müsst gucken, wie rum. Denn es hat schon viele Leute gegeben, inklusive mir, die sie falsch rum eingesetzt haben. Und dann seid ihr hinterher unter Wasser, wollt sie einschalten und der Einschaltknopf ist auf der falschen Seite und es passiert halt gar nichts. Also guckt ihr genau, hier ist der Einschaltknopf, hier ist der Einschaltknopf, dann setzt ihr das hier rein und dann hier unten auch nochmal schauen. Hier gibt es nämlich auch einen Knopf, um die Aufnahme zu starten und das setzt ihr dann halt entsprechend so auf, dass es auch wieder über dem Knopf liegt. Dann arretiert ihr das und dieses Gehäuse ist jetzt bis 45 Meter wasserdicht. Das ist natürlich schon ein ganz anderer Schnack, das seht ihr ja auch. Also da habt ihr eine ganz andere Stabilität und da habe ich natürlich viel mehr Vertrauen, als wenn ich die Kamera einfach so ins Wasser halte. Dazu kommt, hier habt ihr natürlich eine entsprechende Halterung. Ihr habt die Möglichkeit, hier vielleicht auch noch eine Leash anzubringen, also eine kleine feine Schnur, mit der ihr dann noch eine zusätzliche Sicherung macht. Ihr könnt das Ganze genauso dann hier auf euren Selfie-Stick schrauben. Und damit bin ich dann mal losgegangen zum Schnorcheln. Und so begeistert ich von der Theorie war, umso ernüchternder war dann die Realität, als ich mir die Aufnahmen angeschaut habe. Denn dieses Gehäuse produziert einen riesigen Blob, nenne ich das einfach mal. Der Plexiglas-Boden des Gehäuses erscheint genau da, wo ich bin. Also ich kann alles Mögliche filmen, aber gerade dieses Spannende bei der 360-Grad-Kamera, dass man eben selbst auch mit drauf ist, funktioniert halt nicht, weil man halt immer diesen Blob da mit in den Aufnahmen drin hat. Das führt halt dazu, dass genau dieses Thema Invisible Selfie-Stick nämlich ad absurdum geführt wird. Die einzige Möglichkeit, die ihr unter Wasser habt, wenn ihr mit diesem Gehäuse arbeitet, ist, das Gehäuse abzuknicken. Dann ist der Selfie-Stick nicht mehr invisible, aber ihr könnt dann halt entsprechend auch auf den Aufnahmen mit drauf sein. Der Blob, der ist dann halt da unten und eben nicht mehr vor eurem Körper oder eurem Gesicht. Aber er ist natürlich immer noch da und ihr werdet beim Reframe feststellen, dass er doch tatsächlich auch störend ist und ihr dann beim Reframe immer aufpassen müsst, dass ihr den halt irgendwie rauslasst. Aber ich will mal so sagen, die Vorteile unter Wasser überwiegen doch auch und als Vorteile sehe ich vor allen Dingen bei der Unterwasser-Filmerei, dass die Aufnahmen so sehr stabil sind. Das habe ich mir in der Action-Cam so bisher noch nicht hinbekommen. Und der zweite Vorteil ist natürlich, dass ihr das Reframing hinterher in der Nachbearbeitung machen könnt. Das heißt, ihr könnt halt deutlich bessere Kamerafahrten, deutlich bessere Bildausschnitte und ihr könnt natürlich auch das Geschehen besser einfangen, wenn ihr jetzt aus einem 360-Grad-Video dann die entsprechenden Bildausschnitte rausnehmt. Also zusammenfassend möchte ich sagen, dass trotz des Nachteils mit dem Blob und trotz des Nachteils, dass ich die Kamera abwinkeln muss und dann halt der Stick sichtbar ist, würde ich eher die Insta360 mitnehmen zum Schnorcheln als eine Action-Kamera. So, jetzt war das Tauchen und Schnorcheln natürlich nur das eine, wofür ich die Insta360 einsetzen wollte. Ich wollte sie natürlich auch bei meiner Leidenschaft im Kitesurfen einsetzen. Denn da habe ich mir natürlich viel erhofft und habe mir so gedacht, ja, cool, hier, Unterwassergehäuse habe ich, das nehmen wir auch beim Kitesurfen. Und dann gab es bei Insta360 ein sogenanntes Kitesurf-Kit. Das habe ich mir gleich mal mitbestellt und mir gar nicht vorher so richtig Gedanken darüber gemacht, was das denn sein sollte. Im Endeffekt war es ein Brustgurt, den man hier so um die Brust macht und dann steckt man die Kamera hier so drauf. Und ich hatte euch ja vorhin eingehend erzählt, wie das mit den Perspektiven bei solchen Fischauge-Linsen ist und wie das mit Objekten ist, die halt sehr, sehr dicht dran sind an der Kamera und mit welchen, die weiter weg sind. Also die Aufnahmen, die ich mit diesem Brust-Kitesurf-Gurt gemacht habe, sind wirklich, wie sage ich das jetzt freundlich, unbrauchbar. Aber seht selbst. Ja, nicht nur, dass man Arme wie ein Gorilla hat, also es ist ja auch einfach unästhetisch, was dabei rauskommt. Also es wird ja weder der Sportart gerecht, noch sonst irgendwas. Und weiterhin hat man dann auch noch diesen großen Plexiglas-Blob auch noch direkt vor der Brust. Und da würde ich auch sagen, Leute, verkauft das bitte nicht als Kit fürs Kitesurfen. Das taucht nicht. Ja, was habt ihr jetzt für Möglichkeiten, wenn ihr mit der Insta360 auch ein bisschen Action-Sport aufnehmen wollt? Auf dem Selfie-Stick hier sie zu führen, heißt ja immer auch eine Hand besetzt zu haben. Das heißt, das funktioniert im Grunde genommen nicht bei Sportarten, wo ihr zwei Hände für braucht. Da müsst ihr euch einfach darüber im Klaren sein. Es gibt meines Wissens nach im Zubehör keine wirklich gute Lösung dafür. Es gibt bei YouTube mehrere Selbstbauanleitungen für so Halterungen, die man hinten zum Beispiel am Trapez hochführt, die dann so eine Third-Person-View ermöglichen. Also wo die Kamera hinter dem Fahrer her schwebt. Sowas wäre cool. Und sowas würde ich mir auch wünschen, dass man sowas halt irgendwo kaufen könnte, weil ich hätte jetzt hier einfach auch nicht die Möglichkeit, mir sowas selber zu basteln. Aber trotzdem bleibt natürlich irgendwo dieses fragile Verbindungsteil hier zwischen der Kamera und halt dem entsprechenden Stick, mit dem man das macht. Es gibt im Zubehör, habe ich gesehen, von Drittanbietern so einen Alu-Rahmen, den man hier drum machen kann, um die Kamera. Das würde natürlich tatsächlich schon extrem helfen, weil die Kamera dann halt per Aluminium-Rahmen eingefasst wäre. Und man kann dann unten auch über so eine GoPro-Halterung dann den normalen Stick anschließen. Das werde ich mir definitiv fürs nächste Mal besorgen. Solange es das nicht gibt, habe ich mich jetzt einfach mal getraut. Nach ein paar Wochen bin ich dann wirklich mit der Kamera so auf dem Stick aufs Wasser gegangen und habe sie einfach hier nochmal mit so einem kleinen GoPro-Halterung-Snoopsie da gesichert. Das habe ich hier reingeschraubt, habe dann hier unten mir ein Liesch dran gemacht, habe mir das halt um die Hand gemacht, beziehungsweise am Trapez das Ganze festgemacht, damit ich halt, falls ich sie loslassen muss, die Kamera immer noch gesichert wäre. Das dürft ihr aber auch nicht vergessen, wenn ihr die Kamera loslasst, dann schlägt die natürlich rum, ist ungeschützt, die Linsen können wieder irgendwo gegenpoltern und zerkratzen. Also das sind alles so Sachen, das müsst ihr bedenken. Übrigens, das Unterwassergehäuse, das ist richtig empfindlich. Das habe ich vergessen zu sagen vorhin. Da müsst ihr richtig aufpassen. Wenn ihr das nämlich mit zum Tauchen nehmt und habt das hier so runterhängen, wie das normal bei der Kamera dann so ist, steigt dann halt ins Wasser ein oder vom Boot runter oder wieder ins Boot rein. Oder ihr müsst mal über Steine klettern und zerrt die Kamera hinter euch her. Also ich kann euch sagen, das Unterwassergehäuse, das war bei mir nach einem Einsatz beim Kitesurfen schon zerkratzt, obwohl ich extrem vorsichtig damit war. Dieses Plexiglas ist wirklich extrem empfindlich und man sieht diese Kratzer tatsächlich in den Aufnahmen. Hier muss ich sagen, habe ich jetzt bisher Glück gehabt. Das Glas der Linsen scheint deutlich härter zu sein. Ist bisher nichts passiert. Sie sehen eigentlich immer noch gut aus. Toi, toi, toi. Aber wie gesagt, ich bin auch erst zweimal mit ihr beim Kitesurfen ungeschützt auf dem Wasser gewesen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin auch jetzt mal an. Ja, ich bin auch erst mal ein bisschen verdient. Trotz der Tatsache, dass ich mich nicht wirklich so frei bewegen kann beim Kalten, wie ich das halt gewohnt bin, weil ich halt immer die Kamera in der einen Hand haben muss, haben mich die Ergebnisse natürlich begeistert. Was man aber nicht machen kann, ist halt mehr als das tatsächliche Hin- und Herfahren, also Springen und so weiter. Und all diese spannenden Dinge, das funktioniert halt mit einer Hand nicht wirklich und dementsprechend kam das jetzt in dem Video auch nicht vor. Aber die Ergebnisse haben mich natürlich begeistert, einfach weil es eine andere Perspektive ist, weil man diese Stabilität hat, überhaupt kein Gewackel, der Hintergrund ist wirklich fast wie angenagelt. Also das ist etwas, das hat mich wirklich total geflasht und ich war so begeistert, dass ich am nächsten Tag gleich wieder los bin. War ein bisschen weniger Wind, ich habe mir meinen Hydrofoil geschnappt, das ist so ein Tragflügelbord, womit man halt übers Wasser schwebt, wie auf so einem fliegenden Teppich und bin damit losgegangen, wieder in einer Hand hier die Insta360 und habe mich damit gefilmt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, auch hier wieder beim Filmen mit der ganzen Situation, die Kamera ständig aufpassen zu müssen, dass nichts passiert. Damit fühle ich mich nicht wohl, nach wie vor nicht. Aber die Ergebnisse haben einfach für sich gesprochen und ich werde mir jetzt diesen Alurahmen besorgen und ich werde weiterhin recherchieren, was es für Möglichkeiten gibt. Und wenn ich diese zwei Faktoren habe, einmal, dass ich sie nicht mehr aus der Hand führen muss und zweitens, dass ich mir die Angst habe, dass mir das Gewinde rausbricht, ich glaube, dann kann ich doch deutlich beruhigter damit solche Aufnahmen machen. Ja, und das gilt natürlich für alle anderen Action-Sportarten, die halt so ein bisschen physischer sind, wo ihr euch halt wirklich bewegt, wo auch mal Gefahr ist, dass halt irgendwie was passiert, dass mal ein Unfall ist, dass ihr ins Wasser fallt und so weiter und so fort. Also da muss die Kamera dann schon ein bisschen geschützt sein. Nach der Aufnahme kommt die Bearbeitung. Alles das, was ihr jetzt bisher gesehen habt, alle Aufnahmen aus der Insta sind natürlich von mir entsprechend reframed. Ich habe dafür die Insta360 App auf dem PC genutzt. Es gibt auch noch eine Smartphone-App. Beides wird von Insta kostenlos zum Download angeboten. Wenn ihr die Kamera gekauft habt, habt ihr also diese zwei Möglichkeiten. Das Reframing, habe ich ja schon gesagt, dient dazu, um aus diesen 360 Grad Kugelaufnahmen halt entsprechende Videos rauszuziehen, wo ihr dann halt in der Bearbeitung festlegt, wohin schaut die Kamera, welche Bewegung macht sie und welchen Zoom-Faktor setzt ihr ein. Und im Grunde genommen geht dann diese Bearbeitung ganz simpel über Keyframe. Das heißt, ihr setzt den Bildausschnitt, den ihr jetzt haben wollt, dann setzt ihr weiter hinten den Bildausschnitt, den ihr dort haben wollt und dazwischen berechnet die Software dann halt einen entsprechenden Übergang zwischen diesen Ausschnitten. Und darüber könnt ihr natürlich auch coole Übergänge machen, zum Beispiel aus einer normalen Projektion in eine Little Planet Projektion, wieder zurück in eine normale Projektion. Ihr könnt den Bildausschnitt drehen, nach oben, nach unten, links, rechts. Ihr könnt reingehen, rausgehen aus dem Bild. Und das merkt ihr dann relativ schnell, wenn ihr mit diesen Nachbearbeitungslösungen arbeitet, was ihr damit anstellen könnt. Aber auch hier ist es natürlich so, ich zeige euch jetzt hier mal so ein bisschen, was möglich ist. Wenn man hinterher einen etwas anspruchsvolleren Film macht als so ein Review, dann wird man natürlich die Effekte auch etwas dezenter einsetzen wollen. Vergleichen wir mal diese beiden Lösungen. Das eine, die Smartphone-App und das andere, die PC-App. Die Smartphone-App habe ich mir angeschaut. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin kein großer Fan davon, Videos auf dem Smartphone zu bearbeiten. Das ist einfach nicht meine Arbeitsweise. Das ist einfach nicht das, was ich gewohnt bin. Es gibt da eine Menge tolle Reviews und Tutorials im Netz dazu von Leuten, die halt eher, sage ich mal, der Generation TikTok angehören, die halt mit dieser Smartphone-App alles machen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist auch die Zielgruppe, die Insta360 dort anvisiert. Vielleicht muss man zu der Smartphone-App noch sagen, sie erfordert ein sehr aktuelles Smartphone. Ihr braucht eine Menge Rechenpower natürlich, um diese Bearbeitung zu machen. Ihr müsst für ganz, ganz viele Dinge die Videodateien auf das Smartphone runterladen. Das heißt also, ihr braucht neben der Rechenpower auch noch eine Menge Speicher. Und bei mir hat das so mittelgut funktioniert, obwohl ich eigentlich ein aktuelles Smartphone habe. Und ich muss auch sagen, die Usability der App kam meiner Arbeitsweise überhaupt nicht entgegen. Oder sagen wir es einfach mal, wie es ist. Ich hatte auch keine Lust, mich dann damit noch tiefer auseinanderzusetzen. Und die PC-App ist eigentlich eine ausgewachsene Software für Reframing von 360-Grad-Videos. Ihr könnt euch auch die Bilder darin anschauen und exportieren. Sie ist von der Usability nicht hundertprozentig. Man merkt, das hakt an der einen oder anderen Stelle. Aber im Großen und Ganzen für das, was ich jetzt hier gemacht habe, hat sie ganz gut funktioniert. Also die PC-App erfüllt ihren Zweck. Und wenn ich PC sage, meine ich natürlich auch Mac, also diese Desktop-App. Ihr könnt darüber eigentlich genau das machen, was ihr machen wollt. Also dieses Keyframing, das Reframe und die Ausgabe eines Videos, auch im 4K-Format, auch in H.264, MP4 und sogar auch in ProRes-Format. Also es werden schon viele, viele Wünsche erfüllt. Was nicht enthalten sind, sind diese ganzen, sag ich mal, eher Gimmicks, diese KI-Funktionen, irgendwelche automatischen Templates und Vorgaben. Also alles das, was sie so ein bisschen für die TikTok-Generation in die Smartphone-App eingebaut haben, das gibt es in der PC-App nicht, sondern das ist halt gute alte Handarbeit. Und ich fände es cool, wenn man diese beiden Welten ein bisschen dichter aneinander ranbringen würde. Denn es ist doch für jeden angenehmer, auf einem großen Computer mit einem großen Monitor seine Videos zu schneiden, im Vergleich zu einem kleinen Handy- oder Tablet-Display. Ich meine, selbst die TikTok-Kids, naja, okay, die vielleicht nicht. Also ich bleibe dabei. Ich habe das gerne auf dem Computer und möchte da meine Videobearbeitung machen. Weil meinen Videoschnitt, den mache ich ja hinterher auch am PC und da suche ich mir meine Musik raus und so weiter. Also für anspruchsvolle Aufgaben braucht man das doch einfach auf dem Desktop. Kommen wir doch mal zum Fazit. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich über mich selbst überrascht. Je länger ich mich mit dieser Kamera beschäftigt habe, umso mehr ist sie mir eigentlich ans Herz gewachsen. Am Anfang habe ich gedacht, ja, naja, gut, was kann man damit wirklich machen, was man mit anderen Kameras nicht machen kann. Am Ende habe ich hinterher gedacht, an welcher Stelle würde ich jetzt eine andere kleine Kamera einsetzen, wenn ich doch die Insta einsetzen kann und die Vorteile, die ich damit habe, ausspielen kann. Nämlich zum einen diese doch abgefahrenen Bildwinkel und Verfolgungsflüge. Insbesondere der 3-Meter-Pole hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, sowohl für Fotos als auch für Videos. Also diese Aufnahmen, die man in dieser Form vielleicht so am ehesten von einer Drohne kennt, umsetzen zu können, ohne die Nachteile, die halt eine Drohne mit sich bringt. Also, dass man andere Leute stört, dass man einen Führerschein braucht, dass man in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht fliegen darf. Das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und deswegen habe ich mir mit diesem Review jetzt auch ein bisschen länger Zeit genommen, weil ich einfach alle Aspekte dieser Kamera auskosten wollte, die jetzt für mich relevant waren und es gibt natürlich darüber hinaus noch tausend andere. Auch dieses Thema Actionfotografie, gerade beim Kitesurfen, das hat einfach ein bisschen gedauert, bis ich mit dieser Idee warm geworden bin, die Kamera so mit aufs Wasser zu nehmen. Wie kann ich die Kamera sichern? Was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten für Halterungen? Und ich bin jetzt richtig motiviert, da auch weiter zu forschen und mir weiter Gedanken zu machen, einfach weil mich die Bilder so fasziniert haben. Das Einzige halt, was ihr zusätzlich einkalkulieren müsst, ist dieser Zusatzaufwand für die Bearbeitung der Aufnahmen. Natürlich ist das ein zusätzlicher Schritt, der gegangen werden muss. Also wenn ihr Bearbeitungsmuffel seid und sagt, ich fasse mein Material sowieso nicht an, ich will mir das einfach nur einmal kurz angucken, wenn ich es gefilmt habe, dann ist das nichts für euch. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen und ihr müsst auch die Intention haben, dann daraus hinterher eigentlich auch einen schönen Film zu schneiden. Dann würdet ihr da auch ganz viel Freude mit haben. Im Vergleich zu einer Action Cam würde ich sagen, was der Insta360 fehlt, ist halt tatsächlich die Robustheit. Für alles andere ist sie eigentlich auch eine Action Cam überlegen, außer halt eben, dass sie so fragil ist. Schon allein durch diese zwei vorstehenden Linsen, die doch sehr ungeschützt sind. Übrigens, es gibt diese Lensprotektoren als Zubehör, die verschlechern die Bildqualität einfach nochmal erheblich. Da würde ich doch eher mit den ungeschützten Linsen filmen. Und es muss ja auch nicht immer gleich Action Sport sein. Also für ganz viele Aktivitäten, wo ihr die Kamera in der Hand halten könnt, Autofahren, Wandern, Paragliden, was auch immer, da könnt ihr wirklich geile Aufnahmen machen, ihr seid selber mit drauf, alles ist mit drauf und da werdet ihr wahnsinnig viel Freude mit haben. Wenn ich mir was wünschen könnte für die Zukunft, zum einen wäre das, dass beide Apps, sowohl die Mobilfunk-App als auch die Desktop-App stabilisiert würden, sprich, dass die Bugs entfernt würden und dass die Desktop-App die Funktionen der Mobilfunk-App bekämen. Dass man halt wirklich wenigstens da gleichwertige Lösungen hat und dann kann sich jeder für sich entscheiden, ob er lieber am Desktop arbeitet oder mobil. Dann würde ich mir natürlich gerade für anspruchsvollere Aufnahmen wünschen, dass der Dynamikumfang erhöht würde in der nächsten Generation. Ich weiß, das ist schwierig bei so kleinen Sensoren, das ist einfach technisch schwer machbar, aber natürlich wünscht man sich mehr Dynamikumfang. Man möchte einfach keine ausgefressenen Himmel sehen in solchen Aufnahmen. Und natürlich wäre es schön, auch wenn die Auflösung noch höher wäre, damit man einfach auch nach dem Reframe in jedem Fall noch irgendwo bei 4K wäre. Das wäre schon cool, denn heute ist es tatsächlich so, dass man beim stärkeren Reinzoomen manchmal Artefakte sieht und die Auflösung dann doch merkbar schlechter wird. Und auch für die Fotos ist natürlich eine höhere Auflösung immer wünschenswert, gerade eben bei diesen 360-Grad-Aufnahmen, weil man dann halt doch mal ein Panorama oder einen Bildausschnitt da rausnimmt. Und natürlich, dass das mit den Mikrofonen gelöst wird. Im Moment, wie gesagt, für mich kaum brauchbar, selbst nicht für Ambience-Aufnahmen. Ich würde mir da einfach wünschen, dass man das hinbekommt, damit man wenigstens die O-Töne mit der Kamera aufnehmen kann. Eine kleine Aufnahme für eine Leash hier hatte ich angesprochen. Es ist vielleicht nur psychologisch, dass man eine kleine Sicherung hat, aber es würde doch etwas bringen, gerade wenn man die Kamera ungeschützt bei etwas actionlastigeren Aufnahmen dabei hat. Und last but not least soll natürlich das, was da als Kitesurf-Brusthalterung verkauft wird. Also bitte da was anderes überlegen, weil das wird dem Namen definitiv nicht gerecht. Und diesen Bildwinkel, den möchte man tatsächlich niemandem zumuten. Also seid doch da mal kreativ und erfindet da mal eine coole Halterung. Von mir aus kann ich da gerne Input geben. Ja, ihr Lieben, es ist doch ein längeres Video geworden, aber ich hatte ja auch eine Menge Material jetzt von den letzten Wochen, was ich gerne unterbringen wollte. Und es ist natürlich auch wieder ein sehr persönliches Video geworden, wo ich euch meine ganz persönlichen Eindrücke schildere. Und ich kann ja wirklich nur über das berichten, was ich selber damit erlebt habe. Und ich habe mir diese Kamera ja jetzt auch Schritt für Schritt erarbeitet. Ich habe sicherlich noch nicht mal annähernd alle Funktionalitäten, gerade die der Mobilfunk-App und so weiter ausprobiert. Es gibt da noch wahnsinnig viel zu entdecken. Wie immer, ich bin für dieses Review nicht bezahlt worden. Ich habe die Kamera zur Verfügung gestellt bekommen für meinen Test, aber mehr auch nicht. Und ich habe von vornherein wie immer gesagt, ich bin ehrlich bei meinem Review. Ich kann euch sagen, wenn ihr bereit seid, euch auch ein bisschen mit der Bearbeitung auseinanderzusetzen, werdet ihr mit dieser Kamera wahnsinnig viel Spaß haben. Ich kann sie euch tatsächlich empfehlen. Die Einschränkungen, die ich festgestellt habe, die habt ihr jetzt hier alle in diesem Video gehört. Wenn also für euch die Vorteile genauso wie für mich überwiegen, dann habt ihr absolut meine Empfehlung und werdet damit viel Freude haben. Wenn euch das Video was gebracht hat, dann tut ihr mir einen Gefallen, wenn ihr meinen Kanal abonniert bei YouTube und wenn ihr mir da einen Daumen hoch gebt und vielleicht sogar einen kleinen Kommentar hinterlasst. Das erhöht immer die Sichtbarkeit dieser Videos, weil es letzten Endes macht viel, viel mehr Arbeit, ein solches Video zu drehen und zu produzieren, als der Gegenwert, den man hier in Form dieser Kamera bekommt. Das mache ich hier vor allen Dingen, weil ich daran Spaß habe, euch an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Also macht's gut, bis nächstes Mal. Bleibt beim Kanal und meiner Website treu. Folgt mir auch bei Instagram und dann wünsche ich euch eine tolle Zeit und wir sehen uns das nächste Mal auf diesen Kanälen. Tschüss!